hallo das ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für donnerstag den 6.1.2022 und man kann schon sagen am horizont ziehen langsam wieder etwas süßere wolken auf also den ein oder anderen freut aber ich finde es ist eine schöne stelle an der er sich hier diese fette kerze rausgegönnt hat und wir hatten auch in unseren updates ich glaube wir haben ja immer so eine elisa die wir 11.30 starten also trading setup bei uns im dienst drin habe ich schon gesagt also vom timing her so ganz kurz dass das wirkte einfach stimmig halt dass er 11.30 da auf die minute dann einfach da knapp vor der 300 einfach noch mal ein bisschen zurückdreht das das hat man schon für mich ein bisschen riechen können weil wir alle so ein bisschen geil auf dieses allzeit hoch waren und dann hat er sich tatsächlich noch weg gedreht und dann auch eine richtig rote kerze hinterher gestellt und da haben wir auch geschrieben also für diejenigen die hier auf short gewartet haben wäre das dann eben die chance ich weiß gar nicht wo da der stundenstoß war hier irgendwie 230 die rote kerze hier halt das war so ein bisschen die die erste initial kerze die hier kleine rückläufe einleiten sollte richtung auch 200 180 und eben auch 120 und das potenzial das hat jetzt voll ausgenutzt und sogar halt unter unterboten und da müssen wir ganz klar sagen die 120 zu unterbieten und das hat man gestern ja auch schon erwähnt wir hatten eigentlich gesagt solange der dax über 16 120 bleibt kann er hier noch hoch bis zu 230 bis zu 300 das hat er getan auch wenn die 300 da oben ein paar punkte verfehlt wird aber wenn die 120 dann nach unten bricht sollte sich eben auch rücklaufpotenzial bis durch aus 49 29 freimachen und ich sag mal ich habe jetzt zwei szenarien die ich jetzt hier passend finde für den dax denkt dran es geht bei der analyse grundsätzlich nicht darüber exakt zu wissen und gott zu spielen und zu sagen hey ich bin der übelste macker ich weiß was wo der markt morgen hingeht geht all along und damit habt ihr hundert prozent recht nein ich verfolge den anderen einsatz dass ich sage wir gucken einfach was macht der dax ganz typisch in solchen situationen wenn er bullisch spielt oder wenn er berg ist also wenn er wenn er negativ die chancen ausspielt oder positiv wenn die käufer aktiv werden und die verkäufer und versuchen dann einfach im tagesverlauf abzuleiten bis wohin geht denn dann eine bewegung die jetzt zum beispiel von keufern motiviert wäre oder bis wohin wird jetzt eine bewegung gehen die von verkäufern motiviert wäre wie wird es sich sowas auszeichnen und da müssen wir schon sagen also diese rote kerze ist auf jeden fall ein richtiges brett hier drin das ist richtige eine richtige kampfansage die kann auch ein abwärtsgebring kann aber auch ein aufwärtsgebring und das ist so ein punkt das werden jetzt viele nicht so auf dem radar haben ich möchte aber einfach mit über sprechen denkt aber daran was ich gerade eben gesagt habe heißt jetzt nicht der dax muss am donnerstag nach oben steigen na es heißt einfach bloß wie gehe ich mit dem markt jetzt um es ist eine vorbereitung für euch wie gehe ich mit dem markt jetzt um wenn er nach oben los rennt wenn er zum beispiel ein aufwärtsgebring über 16.120 am donnerstag bringt sollte er das nämlich tun glaube ich rennt er hier direkt wieder nach oben rennt er direkt wieder nach oben an die 16 2 30 16 2 50 er hat dann dort ein bisschen zur seite und dann geht er oben noch über die 300 drüber so was haben wir letztes jahr ziemlich oft gesehen wer sich noch daran erinnern kann als der dax nicht mehr doch ich glaube sogar allzeit hoch generiert hat im bereich um was war das 15 war schießt mich tot müssen wir an tageschart gucken dann ist das ganz oft gesehen hat er mittwoch freitag hier so in der zone da haben wir das ganz 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 oft gesehen das ist so mittwoch das war ganz typisch über mittwoch oder freitag der freitag noch mal richtig nach unten fett hier auch so eine kerzen richtig fällt nach guck mal ob es ein freitag war 18 und 21 genau das ist das ist wieder zu klassisch gewesen das was ich auch noch vor augen habe freitag sind richtig fette rote kerze nach unten wo man dachte jetzt geht es aber nach unten sonst was und am montag bruf grüne kerze von früh der ersten minute bis abends in die letzte minute ist er dann reingestiegen und das haben wir so oft hier gesehen es war immer wieder ganz markant montag oder freitag fette rote kerze und an donnerstag von erste minute bis letzte minute hoch oder eben den montag wenn es am freitag die rote kerze gab und deswegen würde ich hier ein bisschen aufpassen weil das ist jetzt wie das typisch auch bei den amerikanern wir haben ja gestern auch schon erwähnt dass der nachtag da so wackelig aussieht der hatte nur weiter auf die fresse bekommt und ich sag mal wenn der zum donnerstag jetzt hier über 16 1 20 rein starten sollte ich würde ihm das ehrlich zutrauen dass der dann relativ strukturiert klar direkt einfach wieder hoch an die 16 2 16 2 30 16 2 50 hoch rennt na und das einfach wieder zurücknimmt und dann eben durchaus auch das potenzial hat gleich durchzusteigen weil das ist das kann natürlich auch eine übelste bärenfalle werden hier noch mal so richtig die 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 verkäufer aus der reserve locken rein locken in den markt ziehen stop loss hauen jetzt alle über die 300 ist ein riesen pot der da jetzt liegt den man abräumen kann das heißt wenn er jetzt sich hier hoch drückt wir kriegen grüne stunden kerzen von anfang an muss man sich am donnerstag darauf einstellen dass er durchgeht auch durch das alte alte hoch bei 16 300 durchgeht 16 3 65 16 94 das wäre durchaus erreichbar 94 vielleicht ein bisschen viel gegriffen aber eine 365 wäre erreichbar wenn er grün ist und das ist wichtig dass man diesen schwachen eindruck den man jetzt am mittwoch bekommen hat dass man den dann nicht auf den donnerstag transportiert und dann den ganzen tag short sucht und er buttert sich dann halt nur gerade nach oben das ist ganz wichtig weil das ist wirklich die stelle und das ist typisches bewegungsverhalten vom dax aber es ist auch schön eine schöne ausgangslage für für short bewegungen na also für abwärts bewegung zum beispiel wer die mails von uns jetzt hier oben insbesondere als 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 short einstiege genutzt haben also wir an sich machen wir im premium sind letztendlich das gleiche was man eine morgen analyse macht plus aktiver am markt halt dran weil ich meine ich kann mit euch über in der morgen analyse kann ich mit euch nicht drüber sprechen dass mir hier irgendwo eine konterkerze dann zwölf uhr kriegen weil die sehe ich ja noch nicht aber im dienst haben wir quasi die möglichkeit dann einfach so etwas zu sehen darauf einzugehen das anzusprechen und da hat man gesagt dass dann wer drin ist hier halt im bereich um 1 20 auf jeden fall teilverkäufe ziehen sollte stop loss nachziehen kann um für den fall dass er eben jetzt wieder direkt nach oben startet und diejenigen die vielleicht da noch drin sind oder die auch eigenständig jetzt shorts gemacht haben ganz ohne uns gibt es ja auch die ihr kurzfristiger auch im bereich unterwegs sind und jetzt eben nicht für wochen und monate halten wollen die könnten profitieren wenn er einen abwärts gebringt wenn er vor allen dingen unter der 16 1 20 bleibt das ist jetzt sehr wichtig für den am donnerstag wenn er unter der 16 1 20 bleibt am besten den ganzen tag dann hat er die besten chancen nach unten zu kommen und da muss man wirklich sagen ist das ziel 15 79 also die hochs hier das ist nicht 15 79 was ist es 15 9 75 ja 15 9 75 15 9 40 15 9 20 das sind die das oder sagt man vielleicht mal die 9 20 sagt man mal die 15 9 75 bis 15 9 40 ist die erste geile zielzone die direkt ansteuern kann solltet ihr aufzureißen geht er bis auf den gap kurz bei 15 8 50 das sind so die zwei bereiche die unten ganz 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 wichtig sind aber eben auch die 16 1 20 das heißt sehen wir direkt nach oben grüne kerzen von beginn an am donnerstag lasst ihn nach oben raum er ist noch im aktiven aufwärtstrend der kann sich locker da wieder raus hochdrücken und dann schiebt er sich hier wieder so einen grünen strang nach oben hin und alle denken die börse bekloppt und krank aber dann ist es einfach so wie immer ja und das heißt dann sollte man das doch auch für sich nutzen und nicht darauf hoffen die ganze zeit immer dagegen zu stehen und dann irgendwann so eine kerze mal mit sich zu haben aber wenn man dann ehrlich ist sagt man sich dann ja ich habe aber meine einstieg hier unten hier oder hier irgendwo gehabt ist zwar geil dass er gefallen ist klar freut man sich dann aber effektiv getradet war das nicht weil letztendlich hätte man auch longs suchen können und in dem moment wo dann tatsächlich umkehrsignale bekommen und das ist etwas was ich immer wieder versuche ein bisschen einzupredigen wenn die roten kerzen kommen wenn der markt markante bewegungsveränderung aufzeigt dann kann man wieder anfangen zu shorten und spart sich dann einfach die ganze strecke rückwärts mit auszusetzen viele die dann zum beispiel ohne stop loss handeln die sagen sich immer was soll das ganze theater hat doch wieder geklappt bin doch wieder rausgekommen irgendwann klappt das halt nicht irgendwann haut das depot vollkommen an die wand und die meisten wissen das auch und deswegen ist es auch wichtig dass man gestern vorgestern die wirklich ein bisschen mehr zeit rein investiert haben das näher zu erörtern zu erklären und so weiter aufzuzeigen weil das sind das sind die fehler mit denen die leute immer wieder die depots an die wand dauern das sind einfach die fehler die immer wieder dafür sorgen dass trader irgendwann keine trader zu viel geld verloren haben und das kann man ganz einfach abstellen man muss sich einfach nur ehrlich zu sich selber sein und ein bisschen zusammenreißen okay aber punkt noch mal kriegen wir abwärts gelb kriegen gestresst von anfang an geht es weiter runter wir haben hier noch eine 16 60 die ist ganz interessant so als kleiner zwischen punkt vielleicht als startpunkt auch wenn er ein abwärts gelb bringt und wenn er dann wie gesagt keine nicht von anfang an grüne kerzen reindrückt sondern sich tief hält hätte ich als erstes ziel hier 9 75 bis 9 40 und diesen gelbkloß bei 8 50 dass man bewegungsziele auf der unterseite für die die short hier jetzt suchen sondern jetzt gucken wir noch auf den tag jetzt schaut für die die bisschen größer arbeiten für die die ein bisschen größer denken muss man nämlich ganz klar sagen und dazu würde ich mal ganz kurz den einfach ausblenden wollen hier was wir hier drin haben damit man das wirklich klar sieht ist diese tageskatz auch eine short verlag das muss man auch so sagen na also wer auf großer ebene jetzt sagt okay das ist jetzt mein einstiegssignal der kann das das wäre vollkommen legitim zu sagen okay ich nutze das jetzt und schweiz jetzt hier bis ins mittlere band runter na das kommt dann so wahrscheinlich im bereich um 15 800 vielleicht ein bisschen tiefer je nachdem wie schneller da runterkommt und dann eben auch wieder die 200 taglinie na also das wären so aus der perspektive wenn ich jetzt sage okay ich bin jetzt kein day trader ich trade eher mehr strings könnte man hier sagen wir haben potenzial für doppeltopp stehen ja das heißt ich nutze die kerze jetzt für einen short hau meine stop loss hier drüber und probiere dann einfach gett los mittleres band und zwar eine taglinie anzupeilen dann habe ich die drei großen wichtigen sachen auf dem radar im visier und können das auch angehen und das ist es wäre auch vollkommen legitim aber dennoch vergesst bitte nicht wir haben solche situationen schon oft gesehen na das heißt ein stop loss ist immer wichtig denn wenn der markt so eine kerze nach oben abgräbt dann kommt da nicht nur eine grüne kerze dahinter her sondern da kommen wahrscheinlich vier oder fünf noch hinterher und dann gräbt dass ich hier dann richtig oben dran vorbei na also wenn er das ist ein verkaufssignal das muss man schon so sagen es ist auch eine kontekerze doppeltopp am doppeltopp so eine tageskerze hinzustellen ist ist definitiv eine short vorlage na wenn er die auskontert dann war es eine klare bärenfalle und das zeigt umso mehr bullige dominanz ja und das ist einfach wichtig zu beachten wenn er nach oben grün durch powert am donnerstag dann muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein und dann vielleicht einfach die zähne zusammenbeißen und sagen okay gut dann kommt was soll's dann tragen wir schon nach oben dann nehme ich mit nach 16.400 nehme ich mit nach 16.600 und so weiter und so fort na also das ist mir noch wichtig aber so rein von der signallage stand jetzt stand aktuell noch keine grünen kerzen jetzt zum donnerstag drin sondern einfach nur das was wir jetzt sehen kann man hier klar sagen doppeltoppotenzial rücklaufrisiko 8 57 aber das wird ein bisschen ansteigen auch bestimmt so auf 790 rum 780 wird das ankommen und zwar einer taglinie im bereich um 560 das wären so die nächsten zielstation auf der seite ist natürlich auch für all diejenigen wichtig die ja vielleicht noch longs laufen haben dass man sich auch gedanken macht okay wo ziehe ich jetzt ein stop loss nach reagiere ich reagiere ich nicht wenn man ärgert sich jetzt wenn man ich sag mal long gewesen ist bei 15 500 wollte laufen lassen hat die kerze ignoriert und dann kommt der markt hier runter und man bricht den trade mit 20 punkten stop loss gewinnen dann ab obwohl man schon keine ahnung 700 punkte vorne war das ist dann auch schade deswegen einfach hier ein bisschen den fokus drauf auf die kerze es gibt keine garantie dass die jetzt verwandelt wird so was auch schon aufgesehen dass es nach oben umgedreht wird und der markt dann einfach trotzdem weiter drüber läuft aber signallage ist dann jetzt erstmal so da und würde jetzt sich bestätigen durch eine weitere rote tages kerze geht man rein nach lehrbuch müsste man sogar die nächste tages kerze noch abwarten na also habe jetzt auch eine zertifizierung zum analysten da würde man mir eine prüfung sowas um die ohren hauen aber ich bin immer nicht so der freund von lehrbuch wissen weil da ist zu viel theorie zu wenig praxis und es funktioniert halt einfach ultra viel nicht was in büchern steht nicht in der praxis dann das ist einfach das ist einfach fakt halt das ist immer das glaube ich in jeder branche so gibt immer einen unterschied zwischen den theoretikern und den praktikern die einen die müssen es anwenden die müssen es machen und die anderen machen statistische erhebung errechnen irgendwas rein rein auf auf dem papier was sie praktisch nie abgebildet können was aber die idealform errechnet wäre und da geht es dann immer darum zu sagen okay die nächste kerze ist die bestätigungskerze aus der praxis aus der erfahrung kann ich sagen dass schwachsinn ist scheiße weil die nächste kerze in der regel die ist mit den meisten bewegungen mit dem meisten druck und auch die größte und wenn man die dann noch abwartet dann würde man wahrscheinlich bei 15 880 die bestätigung bekommen dass das ein umkehrsignal vom doppeltop ist dann würde man unten bei 15 800 short einsteigen den stop loss hier drüber legen und wahrscheinlich erst mal wieder 300 punkte nach oben laufen das funktioniert halt in der praxis nicht scheiße deswegen sage ich das habt ihr es aber mal gehört es ist ein für mich ist jetzt ein umkehrsignal würde sich bestätigen mit jedem weiteren tief was wir auf untergeordneter zeiteinheit nun bekommen jedes tiefere tief am donnerstag bestätigt mir diese tages kerze und gibt nach unten eben raum frei das haben wir uns eine kleine zeiteinheit eingeschaut wir nehmen aber auch noch mal zur kenntnis und dafür blende ich das noch mal ein dass wir hier an long trigger aktiviert haben und der durchaus ein durch schuss vorgesehen hat das heißt der start am donnerstag ist für mich ultra wichtig die ersten zwei stunden sind für mich ultra wichtig ich denke die wir an den ganzen tag prägen sind die nämlich grün kann ich mir das so gut vorstellen dass der einfach nach oben durch steigt jetzt wo alle total short angetriggert und angefiebert sind das würde perfekt passen es wäre es wäre dax dax wie er leibt und lebt aber es ist eben auch ein geiles doppeltop und wenn er das nach unten anzieht dann ja tag ist schaut haben wir gesagt 87 hier haben wir gesagt 8 75 49 8 50 passt eigentlich dann auch schön aufeinander halt na ok gut also ich finde endlich wieder ein bisschen spannung drin hier das macht mir viel 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 mehr spaß an so einem tag eine analyse zu machen wie wenn es bloß nach oben geht und alle gestöhnt und gejammert haben so sind doch die ein oder anderen dabei die sich dann auch freuen und dann drücke ich euch die daumen dass hier in position noch ein bisschen was geht wie gesagt die die long trigger ziele sind für mich erst mal abgearbeitet auch da oben die 300 ich brauche die nicht unbedingt noch mal das ist für mich vollkommen okay diese 15 punkte was er da vorher gedreht hat das das ist okay dass das das werde ich als erfüllt als kontakt oben am altseite hoch das für mich auf der betrachtungsebene total egal das muss nicht auf den strich eine 300 machen da bin ich bei gaps kritisch also wie sagt man penibler das muss wirklich genau kommen das ist aber für mich vollkommen okay würde reichen er muss jetzt nicht mehr hoch und deswegen würde ich auch denken wenn er wieder hoch geht dann geht auch durch ja aber schöne kerze guck mal was der donnerstag bringt geil also finde ich finde ich finde ich richtig schickes ding kann gerne ein bisschen weiter mitbringen mehr von bringen gerne auch noch so eine dahinter stehen oder noch eine zweite das finde ich lecker da würde ich am liebsten dran decken am bildschirm wenn ich solche kerzen sehe dass das macht mir viel mehr spaß auch lange grüne kerzen sind ja auch schön aber sind halt in der regel ist hoch zu über lahm träge geschiebe viel geschiebe seitwärts fliegt man schon die lust beim zugucken und dann steht doch wieder 20 30 punkte weiter oben dann guckt man wieder nur drauf und dann bewegt sich nur wieder auf der stelle und dann guckt man eine halbe stunde weg dann ist er wieder 20 punkt um das macht irgendwie keinen spaß das runter zu einfach viel mehr feuer drinnen sowie die bewegung runter kam dass da brennt einfach das trader herz glaube ich bei allen mehr wie in diesem hochwärts geschiebe natürlich wenn es hoch zu mit dynamik kommt es auch was anderes aber gut okay punkt aus ende 17 minuten haben wir hier gefaffelt aber ja ist bestimmt auch ein bisschen bisschen ein bisschen leidenschaft getrieben jetzt hier das macht mir einfach viel mehr spaß könnte euch eine stunde jetzt hier drüber erzählen was alles machen kann aber das gröbste hammer gefasst wichtig die ersten zwei stunden entscheiden am donnerstag für mich habt es im hinterkopf was oben raus die letzten mal immer passiert ist unten raus sollte das risiko klar sein für die die auch longs drin haben nicht zu lange warten eine entscheidung zu fällen wohin man jetzt einen stop loss nachzieht ob man vielleicht jetzt einfach sagt okay spende jetzt direkt und wenn er dann doch jetzt hoch zieht am donnerstag also sowas ist oft die beste variante und einfach sagt okay das ist jetzt hier war ein schuss von buch ich beende erst mal long habe jetzt viele punkte gut gemacht und wenn er doch hoch ballert wieder ja dann gehe ich die gehe ich die 60 70 80 punkte höher dann halt einfach wieder rein in meinen long ja sowas kann man immer machen und das ist manchmal besser wie jetzt hier zu sagen naja ich gucke mal noch eine kerze ich warte mir noch ab da steht plötzlich bei 49 dann sagten sich jetzt hier dann warte ich mal noch ein rücklauf ab auf einmal steht er bei 15 800 naja das ist dann scheiße also für mich ist das eine signal kerze für mich sind so eine kerze wichtig ich beachte die aber wir wurden von solchen kerzen auch oft in das licht geführt im letzten halben jahr halt deswegen ist der start unheimlich wichtig habt ihr jetzt dreimal gehört ich mache jetzt hier zu sonst finde ich gar kein ende mehr und hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss viel erfolg ja